Du hörst es immer wieder, du wirst dich eh nie verändern. Diese Worte, die brennen wirklich tief, besonders wenn sie von jemandem kommen, den du wirklich liebst. Du hast es versucht, so sehr du konntest, aber nichts scheint gut genug zu sein. Warum sieht deine Ex nicht, wie sehr du dich bemühst? Finde mit uns heraus, wie du endlich an den Stellen ansetzt, die wirklich zählen, damit deine Ex deine Veränderung gar nicht mehr übersehen kann. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Ralf, warum ist es wichtig, darüber zu sprechen, was für eine sichtbare Veränderung wirklich wichtig ist? Weißt du, häufig ist ja der Zustand oder der Zustand eurer Beziehung, also das, wie ihr euch gerade versteht, ja schon richtig kritisch. Und daher braucht es am Ende natürlich auch eine schnelle Veränderung, schnelle Ergebnisse. Das, was du dir am Ende eigentlich auch wünschst, ihr euch vielleicht sogar beide wünscht. Und ja, wie der Felix gerade schon sagte, ja, viele glauben, Veränderung braucht viel Zeit. Aber es ist wichtig, die entscheidenden Schritte zu tun, die, die es dir möglich machen, innerhalb kürzester Zeit auch wirklich nachhaltig und sichtbar in die Veränderung zu kommen. Weil erst das Erkennen, dass etwas sich verändert, das öffnet sozusagen auch das Bewusstsein dafür, dass es dir wichtig ist, dass es dir wirklich wichtig ist, was in eurer Beziehung passiert. Und jetzt erst, erst wenn sie sieht, dass es dir wichtig ist, dann kann sie sich letztlich auch wieder öffnen und einen Schritt auf dich zumachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Denn du kannst mit wenigen Schritten heute schon richtig gute Impulse setzen. Danke, Ralf. Was ist denn jetzt wirklich wichtig, um eine Veränderung erstmal in Gang zu setzen? Also eine Veränderung, die dann auch wirklich sichtbar ist? Zum einen sollte dir mal klar sein, klar werden, was ist denn das, was deine Ex momentan vielleicht auch am meisten an dir kritisiert? Was gefällt dir überhaupt nicht? Was ist etwas, wo du dich vielleicht möglicherweise sogar verändert hast, hin zu einer Persönlichkeit oder zu einem, ja ich sag mal, Umgang, zu einem Verhalten, das immer wieder, wie man sagt man so schön, Sand ins Getriebe streut? Das ist erstmal der allerwichtigste Moment, nämlich erstmal die Selbstreflexion dahin zu schauen. Und dann sich selber mal zu überlegen, was kannst du denn jetzt tatsächlich sehr schnell und sichtbar auch wirklich verändern? Ja, ist es, dass du morgens eher aufstehst, bist, dass du freiwillig mit guter Laune etwas im Haushalt tust? Was kann es möglicherweise sein? Es geht darum, diese Fixierungen auch zu lösen. Immer diesen Fokus, worauf schaue ich? Schaust du auf das, was sie macht, was sie nicht macht, was du machst? Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig hinzuschauen. An welchen Stellen hast du das Gefühl, wenn sich da etwas verändern würde, würde es auf eure Beziehung positiven Einfluss nehmen? Jetzt kennen wir das ja auch von unserem Zurück ins Beziehungsglück Coaching Programm, dass viele daran hadern oder sich fragen, wie kann meine Ex-Partnerin denn überhaupt bemerken, dass sich etwas verändert? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil die meisten verändern eine Sache. Schau mal hin, du machst eins anders und erwartest möglicherweise, dass sie das sofort sieht. Und was passiert? Es kommt keine positive Reaktion, es wird nicht gewertschätzt, du hast das Gefühl, es wird nicht gesehen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Muster auf beiden Seiten schon richtig festgefahren sind. Du hast dein Verhaltensmuster, sie hat möglicherweise auch ein Muster, worauf sie achtet bei dir. Und jetzt passiert nämlich was ganz Spannendes. Wir suchen immer wieder auch eine Bestätigung für unsere Überzeugung. Sowohl bei dir als auch bei ihr. Und deswegen wird eine kleine Heute-Veränderung noch gar nicht so richtig gesehen. Weil das große Ganze, nämlich ja, der ist ja immer so und der unterstützt mich nie, das ist immer noch präsent. Und du kennst diesen Spruch, ja, jeder Tropfen höhlt den Stein. Und manchmal braucht es viele kleine Impulse, bis irgendwie dann auch etwas gesehen wird. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal ins Handeln zu kommen, weil wenn du nicht handelst, kann nichts gesehen werden. Und wenn du es tust, weil du es möchtest, wirst du merken, dass du ganz andere Erfolge hast. Welche konkreten Schritte kann denn jetzt jemand gehen, um zu dieser beschriebenen, sichtbaren Veränderung zu gelangen? Zum einen geht es erstmal auch um die Veränderung in der eigentlichen Kommunikation miteinander. Ich habe was Spannendes mal gelernt. Und Kommunikation oder auch eine Rückmeldung in der Kommunikation ist immer ein Feedback. Du kriegst nämlich ein Feedback, ob du verstanden wurdest oder nicht. Ob das, was du wolltest, angekommen ist oder nicht. Ob das, was du sagst, letztendlich die gewünschten Ergebnisse bringt oder nicht. Das heißt, die Veränderung in der Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz häufig gelingt es uns nicht, bei uns selber zu bleiben, sondern wir machen Du-Botschaften. Und Du-Botschaften zum Beispiel ist etwas, was andere Menschen überhaupt nicht mögen. Weil jetzt schreibe ich ihnen zu, ja, Du machst ja immer das. Und das machst Du doch bestimmt, um mich zu ärgern. Also ein Fokus darf es also sein, was kommuniziere ich, wie kommuniziere ich und was möchtest Du eigentlich mit der Kommunikation erreichen. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist das Lösen von unseren sogenannten Fixierungen. Ich habe das so in Anführungsstrichen. Fixierung, was heißt das? Fixierung ist die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Dinge wahrnehmen, wie unsere eigene Überzeugung ist. Und wenn wir glauben, dass wir etwas können, dann gehen wir anders mit den Dingen um. Wir sehen mehr Lösungen. Das heißt, wir nehmen andere Dinge wahr. Wenn Du glaubst, dass etwas nicht geht, wirst Du eher in der Warnung, eher diese Hindernisse sehen. Die Stolpersteine, die Barrieren, die Schranken, die Einschränkungen. Das heißt also, auch dieses eigene Denken zu überprüfen, mal hinzuschauen, was denke ich wirklich und was glaube ich, worauf konzentriere ich mich die ganze Zeit. Schaue ich, ob meine Partnerin heute gute Laune hat oder schaue ich, oh, hat sie heute wieder schlechte Laune. Du entscheidest, was suchst Du und worauf möchtest Du Deine Aufmerksamkeit richten. Ein anderer wichtiger Punkt ist immer sowas wie die Verbesserung der körperlichen Präsenz. Was meinen wir mit körperlicher Präsenz? Anwesend sein. Anwesend sein heißt nicht, irgendwo zu sitzen und da zu sein, sondern auch im Körper erhalten, also in der Körperhaltung eine Aufmerksamkeit, eine Dominanz darzustellen. Du kannst zusammengekauert in der Ecke sitzen oder du sitzt aufrecht, hast die Augen offen und schaust die Leute an. Auch das hat etwas damit zu tun, wie Du wahrgenommen wirst. Brust raus, Schultern leicht zurück, Kopf nach oben und Du darfst auch gerne lächeln. Du wirst merken, allein das verändert ganz, ganz viele in einer Beziehung. Und dann, klar, sind es immer wieder auch unsere persönlichen, Deine persönlichen Routinen. Welche Routinen hast Du heute? Vielleicht hast Du Routinen, die nervig sind, die Dich selber vielleicht sogar nerven. Abends spät ins Bett und morgens musst Du aufstehen und hast noch schlechte Laune, weil Du jetzt aufstehen musst. Merkst Du, auch das ist eine Routine. Nur diese schlechte Laune überträgt sich automatisch auf andere Menschen um Dich herum. Und schon hast Du nicht mehr die Wirkung, die Du eigentlich haben willst. Und das führt dazu, dass Eure Beziehung leidet. Also schau auf Deine Routinen. Was kannst Du tun, damit Du, und jetzt ist es ganz wichtig, damit Du Dich besser fühlst. Weil wenn Du Dich besser fühlst, tut es auch Eure Beziehung exorbitant gut. Es geht ja jetzt um das Thema Ex-Zurückgewinnen. Und ich möchte ja, dass meine Ex-Partnerin jetzt nicht das Gefühl hat, dass ich irgendwie verzweifelt wäre oder dass ich mich jetzt nur verändere, um sie zurückzugewinnen, sondern ich will mich ja verändern, damit ich sie erstens, ja, zurückgewinne und zweitens eine bessere und glücklichere Beziehung führe, die dann auch dauerhaft standhält. Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Veränderungen dann auch authentisch wirken? Das ist eine der größten Herausforderungen. Was machen Menschen, was hast Du vielleicht sogar schon angefangen? Du hast möglicherweise angefangen, etwas zu verändern, in der Hoffnung, dass es toll ist für Deine Ex und sie sich deswegen wieder angezogen fühlt. Das heißt, Du hast etwas verändert für sie, damit sie wieder zurückkommen kann. Es ist aber nicht Deins. Ganz häufig ist es nämlich nicht das, was aus Dir heraus spricht, sondern ich mache das ja nur für Dich. Wie oft hast Du das schon gesagt? Wie oft hast Du das wirklich schon gesagt? Ich mache das nur für Dich. Und damit ist es nicht aus Deinem Inneren heraus. Und dann ist es nämlich nicht authentisch. Und dann sieht sie natürlich auch, der andere, sie sieht es, dass es nicht für Dich ist. Dass es nicht Dein eigenes ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also schau hin, verändere die Dinge an Dir, die Du auch weiterhin beibehalten würdest, wenn sie nicht da wären. Wenn sie nicht existieren würden. Einer der wichtigsten Punkte. Weil jetzt bist Du bei Dir. Was ist das, was Du gerne möchtest? Was Dein Inneres sagt? Und wie kommst Du in diese Erfüllung? Und wenn Du morgens mit einem Lächeln aufstehen willst, damit Du sie nett begrüßt und gleichzeitig merkst, wenn ich das morgens mache, geht es Dir persönlich viel, viel besser. Ja, weißt Du was? Dann darf das doch vielleicht auch eine Gewohnheit sein, die Du in Deinem Leben weiterträgst. Und dann sollte es Dir leicht fallen, das auch jeden Morgen zu gestalten. Also wichtig, nur Veränderungen anstreben, die Du auch beibehalten würdest, wenn Deine Ex nicht existieren würde. Weil jetzt bist Du bei Dir. Und frage Dich selber auch immer wieder, inwiefern diese Veränderung Deiner Persönlichkeit entspricht, Deinen persönlichen Wünschen. Wo willst Du hin? Wie willst Du sein? Was möchtest Du erleben? Wie möchtest Du Dinge erleben? Und wenn Du unsicher bist, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht, frag Dich selber. Es gibt eine Skala von 1 bis 10. 1 heißt total unwichtig, 10 heißt absolut wichtig für mich. Und gucke selber, diese Veränderung, wie wertvoll ist sie für Dich. Und wenn Du bei einer 8 oder 9 bist, dann bist Du super. Dann ist das was für Dich. Und wenn es eine 10 ist, noch viel besser. Du kennst das genauso gut wie ich, Ralf, aus unseren Calls, die wir mit unseren Kunden haben, dass alle, die dabei sind, super ungeduldig sind. Und alle gerne die Veränderung jetzt haben oder am besten schon am liebsten gestern haben. Wie geht man denn jetzt am besten damit um, wenn die Ex jetzt nicht sofort eine Reaktion auf die eigene Veränderung zeigt? Und dann merkst Du schon, in dem Moment, in dem Du erwartest, dass auf Deine Veränderung sofort etwas gegenkommt, dann bist Du ja gar nicht bei Dir selber. Ja, dann bist Du ja schon, ich tue etwas, damit der andere oder sie darauf reagiert. Und damit bist Du schon wieder in der Stück Abhängigkeit von der Außenreaktion. Und jetzt merkst Du schon, was eigentlich wichtig ist. Wichtig ist erstmal, die innere Zufriedenheit mit der eigenen persönlichen Entwicklung zu gestalten. Erstmal mit Dir selber zufrieden sein. Sie kann ja gar nicht sofort auf alles reagieren. Ja, weil sie ist ja möglicherweise gerade noch ein bisschen sauer auf Dich. Vielleicht auch noch enttäuscht. Ja, vielleicht spielt auch eine eigene Trauer, vielleicht auch eine eigene Sorgen noch eine wichtige Rolle. Sie ist ja auch erstmal mit sich selbst beschäftigt. Deswegen darfst Du Dir auch den Fokus erstmal auf Dich setzen. Also eins ganz wichtig, schau da nicht so dolle hin. Ja, weil viele Sachen sind so festgefahren. Habe ich vorhin schon mal gesagt, viele Sachen sind so festgefahren. Auch sie darf ja über die vielen kleinen Erfahrungen erstmal merken, dass sich bei Dir etwas verändert hat. Wichtig ist, dass Du dran bleibst. Dass Du mutig dabei bist, immer weiter die richtigen Dinge zu tun, die für Dich wichtig sind. Achte selber drauf, was hat sich bei Dir persönlich schon verändert. In welchen Momenten bist Du viel glücklicher, souveräner, leichter, lockerer geworden. Auch das ist wichtig, weil dann damit bestätigst Du Dir selber auch immer wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn Du Dich selber gerne hast, wenn Du die Art, wie Du jetzt durchs Leben gehst, magst, dann werden das andere auch mögen. Weil Du offener bist und viel, viel attraktiver. Man nennt das so sexy. Ja. Du wirkst einfach smarter. Das ist so. Also schau eher dahin, was kannst Du tun, um langfristig in die Umsetzung zu kommen. Deine persönliche Veränderung nachhaltiger zu machen. Weil das sorgt dafür, dass sie irgendwann merkt, Mensch, Du bist ja ganz anders geworden. Normal hättest Du doch jetzt an diesem Moment ganz anders reagiert. Was ist denn da eigentlich los? Schau mal, und jetzt ist ihre Aufmerksamkeit bei Dir, weil Du Dich für Dich verändert hast. Gut, dann habe ich zum Abschluss noch eine Bonusfrage für Dich. Und zwar, jetzt klingt das wieder alles so super schlüssig, was Du da sagst. Und ich denke auch, ich habe das verstanden. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt in die Umsetzung komme, wird es vermutlich wieder ein bisschen schwerer. Wie kann ich das denn machen, wenn ich gerade keinen blassen Schimmer habe, wie ich weitermachen soll? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage. Weil, weißt Du, es gibt viele, viele schlaue Ratschläge und gute Tipps. Und am Ende fehlt uns Menschen manchmal ein einziges Tool, nämlich die Möglichkeit, das in die Umsetzung bringen zu können. Wie kommst Du denn von da, wo Du gerade stehst, rein in diese Leichtigkeit, in Deine innere Zufriedenheit? Weißt Du, wir bei Beyond Breakup, wir haben ein Ziel, nämlich unsere Kunden zu ihrem Ziel zu führen. Sie dahin zu begleiten. A, wieder in ihre eigene persönliche Zufriedenheit zu kommen. Wieder die Ausstrahlung zu entwickeln, die sie hatten, als sie sich damals mit ihrer Ex getroffen haben, zusammenkamen. Und natürlich dadurch auch zu erreichen, dass ihr euch wieder neu ineinander verlieben könnt. Und alles, was Du tun solltest, ist ganz einfach. Du klickst jetzt hier in die Shownotes und vereinbarst Dein erstes kostenloses Gespräch mit uns. Und wir schauen auf Deine Situation und wir begleiten Dich, ja, wenn wir zueinander passen, wenn wir Dir wirklich helfen können, dann begleiten wir Dich genau zu diesem Ziel, Deinem persönlichen Ziel, in Deiner Souveränität, Deine Leichtigkeit und wieder zurück in die Arme Deiner Ex. Wie Du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten Dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de